Ja, guten Tag, mein Name ist Helge Schneider und ich heiße Sie willkommen zu meiner Wissenschaftssendung, zu meinem Podcast The Big Thing. Aber erst mal, wie immer, ein wenig Musik. Ja, wie Sie schon gesehen haben, geht es diesmal um eine großartige Erfindung, eine großartige Erfindung nach Gutenberg, die Druckkunst. Dieses Buch zum Beispiel ist gedruckt durch Buchstaben, wird zu erkennen, dass da drin was steht. Ich lese mal was vor. Tag auf VK. Bevor er hinausging, dann trat Radcliffe vollends ein. Der kam über den Platz galoppiert die Treppe rauf, als ob er etwas entdeckt hätte, sagte Radcliffe. Eine andere Seite, vorn sind noch mehr, rief die alte Head. Ich will jetzt nicht zu viel lesen, sonst ist das ganze Buch nachher auch bekannt und man braucht die mehr zu kaufen. 9,50 Mark damals. Die Zerstörung der alten Ordnung durch ein Clan ist hier durch Faulknozmeister und so weiter. Und dieses Buch wäre nie gedruckt worden, wenn es kein Internet gegeben hätte, das die Buchdruckkunst praktisch bei Wikipedia erklärt. Das war's für heute wieder. Und ich bedanke mich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in meinem Podcast, in meiner Wissenschaftspodsendung The Big Thing. Ihr Helge Schneider. Dr. Helge Schneider.